Da kommt er. Herr Siewoldt, kommen Sie gerade aus der Wohnung von Herrn Kellermann? Ja. Was ist passiert? Hatten Sie den Eindruck, dass sich Ihre Frau in der Wohnung von Herrn Kellermann befindet? Ich hatte nicht die Möglichkeit, mich umzusehen. Okay, Sie bleiben erst bei meinem Kollegen. Was war da oben los? Ruf mal den Notarzt. Männliche Person, vermutlich tödliche Stichverletzung. Männliche Person, vermutlich tödliche Stichverletzung.